Dude, yo... Shut the fuck up! Maaan, Junge! Guck dir diese Gegner an, Digger! Guck dir diese Gegner an, Mann! Bruder, ich hasse ihn, Alter! Ich hasse ihn, Digger! Ich hasse ihn, Digger! Willkommen zu einer wunderschönen Runde von Fortnite! Mit dabei ist heute Cengiz! Strubel! Servus! Und, ja, das war's, Leute! Lass uns einfach... Nein! Natürlich ist der geile Schwede, Philipp, heute auch wieder mit dabei! Apostel, meine Freunde! Und wir haben uns gerade schon eingespielt, es waren kranke High-Tier-Kill-Games, leider habe ich nicht aufgenommen, ich glaube, ich hatte im besten Spiel 18 Kills, naja, macht man halt nichts! Ich würde sagen, wir spielen uns einfach mal eine Runde und holen uns einfach schnell den Win, oder? Ich habe mich nicht aufgenommen! Okay, Cengiz, pass mal auf, kurze Warnung! Der Philipp, der Apostel, er neigt dazu, Deutsch zu singen, laut rumzuschreien und eigentlich, dir deinen Loot wegzunehmen und auch deine Kills! Okay, passt schon, es geht nur um den Sieg! Ja, es geht, genau! Win ist win, sage ich immer! Ich habe gehört, dass du, äh, censor alle Kurs-Werden, also ich werde sicher, noch mehr kursieren, um deinem Editor mehr zu geben. Bro, Bro, Bro! So, wir werden heute ein wenig kursieren, ich denke! Na! Yes! Bro! Das ist mal lustig! Warum sind wir schon wieder keine Gegner? Jungs, was ist denn das, Alter? Sollen wir in die Zone pushen? Wollen wir da hingehen und dann ein bisschen Spaß haben? Jau, jau! Ja, geil, 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 geil! Ich habe mir auf jeden Fall ne... Du kleiner... Oh mein Gott! Warum?! What happened?! What happened?! I'm innocent! I'm just a random Swedish guy! I don't know what you're talking about! What the f- Oh mein Gott! Can you... Strubbe, was it you? Nein! Ey, irgendwer verarscht mich hier gerade, Alter! Das gefällt mir gar nicht! Komm, wir gehen jetzt mal nach Salty rein, Jungs! Wir gehen nach Salty und da wird auf jeden Fall irgendwo jemand sein! Hey, hier ist nichts gelootet! Alter, was ist denn das, Digga?! Wo gehen denn diese ganzen Gottverdammten Hunde hin?! Äh, hier auf Nord-Ost-Moders gebaut! Oh, okay! Es kann auch sein, dass wir eine dieser Runden erwischt haben, wo gar keine Gegner spawnen, weißt du? Wo wir die einzigen sind! Das sind krank seltene Runden, das sind krank seltene, Alter! Das sind krank seltene, Alter! They spawned in another Island, Dude! Ja, they just all died instantly! Habt ihr diese Fort-O-Fort-Dingens gemacht, hier? Ja, ja! Jetzt kommt da bestimmt jemand hin, Alter! Ah, ja! Siehst du, siehst du, Digga! 200 IQ-Play immer wieder, Alter! Hatten hit auf jeden Fall! Wuuu! Muss los! Achtung, er hat einen Granatenwerfer! Philipp, vorsichtig, der hat eine Waffe, ne? Was? Down she goes! Ja, moin! Philipp hat wieder alles weggelootelt! Äh, ist lustig, ne? Ja! Ja, ist lustig, Alter, wenn du einen killst! Immer lustig, Mann! Alter, hör doch mal auf so rumzuschreien jetzt hier! Boah, darf ich den haben? Ja, komm! Boah, Bruder! Boah, Bruder! Wo ist das? Westen? 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 Drei Treffer! Kopfschuss heißt es genau! Ja! Kopfschuss! Kopfschuss, nicht Schoss! Oh! Wo ist denn der? Auf die Portafort! Nedrig Leben auf der Gegner! Noi! Oh! Gegner, Gegner, Gegner! Oh! Oh! Hinter Baum nach vorne! Hinter Baum, hinter Baum! Neben, neben! Ach, wo ist denn? Kleiner Rattensohn! Und, äh, Südöster ist... Einer bei dir! Einer bei dir! Haha! Ich geh jetzt in die Zone, Alter, mir reicht das jetzt! Oh, ich hab no Schuss! Sollen wir mal Dusty gehen? Ja! Ja, warum nicht? Gegner im Dusty Depot! Wie hat er den schon wieder gesehen? Wo? Okay, Philipp, Philipp, pass mal auf! Wir machen jetzt folgendes, okay? Ja! Du hältst dich jetzt ein bisschen zurück, damit wir auch ein bisschen Spaß haben können an dem Spiel, weißt du? Maybe! Oben links sind noch zwei Gegner, ähm, Richtung W, aber die hat Philipp nicht gesehen, also alles gut! Okay, pass auf, ich werd mit dem Granatenwerfer ihn töten mit dem Raketenwerfer, okay? Ein W, ein W, ein W! Links kommen auch noch drei hoch! Ja, da kann man schon reinsapften! Linkt Gegner, niedrig Leben! Mitten dran! Hop an! Nein, wot! Ah! 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 Mann! Ey, ich hasste dieses Team so sehr, Alter! Ich hase' es! Aber bei mir, ist'n die hier! U, he hat mich gleich… Wenn der jetzt stirbt, kotz' ich! Ich würd' nich' sterben! Das illegale armament! Hab' ihn? Hab' ihn? Ja! Dann hat ein processo hier drinnen, irgendwo! Ja! Zwei! Und er krieg' ich zwei Gills? Mach' ainda! Eh! Nahto, dann bin' es da Bro Manuel! Oooh! Oh man sch- Ich hasse- Ey, Leute! Ey, ganz ehrlich, Mann! Philipp! Ich höre dich lachen! Ich höre dich lachen! Du Sha**s Gaga-Mehl, Alter! Da oben ist noch einer. Mann, ich will auch Kills. Digga. Es ist einfach nur noch räudig. Es ist einfach nur noch räudig. Lächerlich. Es ist einfach nur noch peinlich, Mann. Look at me. Ich bin ESL-Spieler. Lächerlich. Lächerlich. Das machen wir jetzt nochmal. Diesmal ohne Witz. Apostel. Hör auf damit. Digga. Dreimal. Ich will hier so ein krankes High-Tier-Gameplay hinlegen. Und wir haben hier Leute im Team, weißt du? So, Philipp ist ganz gut. Strobel ist gut. Jengis ist ganz gut. Man hätte was krankes zusammenspielen können stattdessen. Ne. Okay, Jungs. Sollen wir mal Retail machen? Komm, lass mal ein bisschen Action machen hier. Ein Team. Oh, ich land immer hinten bei den Häusern. Aber hier ist auf jeden Fall ein Team. Spieler bei mir. Ich hab keine Waffe. Ich hab auch keine Waffe. Oh, no. Jengis, hinter mir, hinter mir, Jengis. Oh mein Gott. Ich hab keine Waffe, Bro. Der ist ultra low. Ja, ja, I killed him. I killed him. Ah, nice. Gegner bei mir. Der kommt gerade hoch. Down. Hat nichts gemacht, Alter. Hat nichts gemacht. Hat direkt nen Headshot bekommen. Spieler bei mir. Hey, Digga, der verreckt nicht. Er wird mich vernichten. Komm her, komm her. Der ist so low, Digga. Wo ist er? Um die Ecke. Da. Hier unten gibt's Minis für 200 Holt. Okay, Jengis, kannst du mir kaufen, bitte? Ich hab kein Holt. Ja, dann farmweltsen. Kauf für die einfach, Mann. Bist du dumm? Farm doch selber, du Appel. Ich bin gerade dabei. Wieso hat er schon wieder 4 Kills, Mann? Was? Sorry. I was just killing a squad while you were shouting. Okay. Hey, Revy. Revy. Look what I have. Bro. 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 Kann eins droppen. Gib mir. Ich brauch bitte. Ich brauch bitte diesen Chuck Chuck. Ich brauch diesen. Gottverd... Ah. Den hat... I dropped it. Your friend took it. Fuck. Ey, ich hasse dieses Team, Alter. Man. Ich hab's nicht. Cengiz, ich schwör, du bist so ein... Ey, ihr seid alles solche dreckigen Anti-Mates, Alter. Das ist so schlimm einfach. Das ist so schlimm einfach. Das ist so schlimm. Junge, Junge, Junge. Wer was? Oh, let's have a good time playing so Fortnite today. Ja, ohne Witz. Lass uns ne geile Aufnahme machen, Leute. Wir haben richtig Spaß, Alter. Ähm, AR. Munition hier. Ehrenmann, Alter. Du bist wenigstens noch... Du bist wenigstens noch freundlich, Alter. I know, I'm like the friendliest guy. Digga, ich rede nicht von dir. I'm like... I'm like so friendly. And I'm troll. Ey, Jungs, was sind das... Was sind das... Was sind das für Runden? Was sind das für Runden hier, Alter? Wo sind diese gottverdammten Enemies? Können wir das nächste Mal bitte in Tilted runtergehen? Weil ich sag so, ja, lass mal Retail gehen für ein bisschen Action. Ein Gegner. I mean, I kill the squad. Ah, well, we're so proud of you. You did so well. Your performance is outstanding. Get to the chopper. Get to the chopper. Oh mein Gott, Alter. Ma, Junge. Oh, that wasn't actually me. Sniper, sniper, sniper shots. Okay. Let's get it. Haha. Oh nein, Philipp ist wieder zuerst da. Ja, dann können wir es eh vergessen, Jungs. Lass einfach hier stehen bleiben, warten bis der alle tot hat. Dann ist eh vorbei. Sind die da jetzt noch, oder? Nein. Ja, post Latt ein. Hier unten irgendwo. Müssen wir mal rum shooten. What? Alles schon wieder down. Da vorne? Ey, ich brauch irgendwas zum heilen. Nix oder was? Okay, it's down. Bonus, klar. What? Keine Munition. Ich bräuchte schwere Munition. Blorin mal. Blorin, meld dich bitte bei Theda. Oh, lord. Down you go! Oh, lord. Dude, you... I fucking hate you. I fucking hate you. I fucking hate you so much. This, this... He's such an asshole. Dude, if you got knocked down, I promise I won't pick you up. I'll take a fat shit on your face. Wie viele Kills hast du schon wieder? Fünf, Alter. Das sind aber auch nicht viele, ne? Du hast nachgelassen, Philipp. Du hast nachgelassen. Fünf Kills ist nicht unbedingt viel. Oh, shut the fuck up. Maaan, Junge! Geh mir doch nicht auf den Sack, Alter! Ey, du bist so ein Mistkörper! I don't think Revy wants to play with me anymore, guys. Oh, mein Gott, Alter! Ich werd wen anders verlinken. Ich werd einfach keine Ahnung, Alter. Hand auf Blatt verlinken oder sowas. Digga, ich zensier dich aus dem Video raus. Yo, 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 yo. Yo, Revy, come here. Come here, come here, come here. I'm actually not gonna troll you this time. I swear. Bruder, was willst du? Was willst du? I'm not gonna troll you, I promise. There's a chest here for you. I promise. Just open the chest. I'm not gonna troll you. Just open the chest. It's buggy. F***, Bruder. Oh, mein. Dude. Du bist der, du bist der größte Nicht-Ehrenmann der Welt, Alter. Wir sind drei Gegner bei mir. Wo, genau? Ah, da. Was, 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 was hast du da? LOL, bitte! Bitte! What, what, what? Ich bin da ran. Ja. Zwei. Zwei. Ich bin genug. Oh, mein Gott, I'm down. She's gonna finish me. He's finishing. F***, NOOOOO! And it's down to the f***ing asshole again. Heee. 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 I hope you die. You don't deserve to win. Oh, oh, there he goes. Dude, come on. Warum ist mein Leben so sch***, Alter? Äh, ist das ein Mensch? Tja. Heee. Das ist, das ist eine Missgeburt. Was ist das denn? Was ist das denn, Alter? Wieso kriege ich nicht solche Gegner? Digger. Digger, Digger. Oh, mein Gott. Saufen. Oh, Gott. Ich gönn dir das nicht, wenn du gewinnst. Ich gönn's dir einfach nicht. Oh, mein Gott, Alter. Ist das dein Ernst? Guck mal dieser Typ, wie er rumkriecht. Da kommt sein Mate. Oh, Digger. Das ist doch nicht wahr, oder? Was macht der Gegner denn? Was sind das für Menschen, Alter? Was war denn das für ein Gegner, Alter? Das ist doch nicht... Ey, Cengiz, das kann doch nicht sein. Guck mal. Ey, er hat ein komplett goldenes Inventar auch noch, Alter. Oh, hallo. Guck dir diese Gegner an, Digger. Guck dir diese Gegner an, Mann. Bruder, ich hasse ihn, Alter. Ich hasse ihn, Digger. Er verdient das nicht mal. Er verdient das nicht mal, Digger. Guck mal, er geht das mit 12 Kills hier raus und gewinnt das Mann. Und die letzten Gegner waren die größten Bots der Welt, Alter. Digger. Philipp. Ja? Kennst du den Begriff Ehrenmann? Ja, ich bin ein Ehrenmann. Ähm. Ich glaub nicht, Bruder. Ich bin ein Ehrenmann. Das ist ich. Ich bin das Ehrenmann. Oh, hallo. Och, Mann, Alter. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wie können diese Leute ins Endgame kommen? Wie? Also, Camper, ne? Ja! Ja! Das hast du davon! Das hast du davon, Digger! Karma is a bitch! Guck mal, der Typ versteht nicht mal, dass er gewonnen hat. Guck ihn dir an mit seinem Standard-Ralf-Skin, Alter. Okay, Leute. Das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut gern bei Cengiz Yann und Chef Strobl vorbei. Ja! Das war's! Lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss! Tschüss, Leute. Ciao! Bye, bye, bye! здесь auch schon wieder! My husband! gae! Daher,した fuegerned! Ma foi! Was ist sogged者, Acai? Na, wo kan ich da? Drei!